Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute sind wir wieder da, um die sieben besten Waschmaschinen des Jahres 2021 zu entdecken. Aber bevor wir mit dem Trommeln beginnen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Los geht's, stellen wir euch die sieben besten Waschmaschinen des Jahres 2021 vor. Dieses neue Modell von Samsung hat ein Fassungsvermögen von 9 kg und ist im Vergleich zum Vorgängermodell völlig anders gestaltet. Und nicht nur die Optik hat sich geändert, denn die neuen Samsung-Geräte sind serienmäßig mit der Eco-Bubble-Technologie ausgestattet. Dieses System vermischt Wasser und Reinigungsmittel, bevor sie in den Tank geleitet werden. Dies wird erreicht, indem Luft in die Formel eingespritzt wird, um einen sehr feinen Schaum zu erzeugen, der tief in die Textilfasern eindringt und den Schmutz entfernt. Der Dampf gehört ebenfalls zur Grundausstattung und trägt dazu bei, die Wäsche zu desinfizieren und die Fasern zu entspannen, was das Bügeln erleichtert. Das neueste Modell von Samsung verfügt außerdem über die AdWash-Klappe, mit der kleine Wäschestücke während des Waschgangs eingelegt werden können, ohne dass die Wanne geleert werden muss. Ein automatisches Wäschedosierungssystem vervollständigt die Ausstattung der Maschine, die mit dem Energielabel A++ ausgezeichnet ist und deren Trommel sich mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1400 Umdrehungen pro Minute drehen kann. Schließlich verspricht Samsung eine intelligente Waschmaschine, die aus euren Waschgewohnheiten zu Hause lernt. Die Waschmaschine von LG hat ein Fassungsvermögen von 10,5 Kilogramm und verfügt über einen Induktionsmotor mit Direktantrieb. Es gibt keinen Riemenantrieb, um den Geräuschpegel auf ein Minimum zu reduzieren, selbst wenn die 68 Liter Trommel mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 1400 Umdrehungen pro Minute läuft. Außerdem verfügt sie über Turbo Wash 360 Grad eine Reihe von Düsen, die die Wäsche während des Waschvergangs bespüht, um die Waschzeit zu verkürzen. Es gibt Dampffunktionen, die bestimmte Textilien auffrischen, die Fasern der Wäsche entspannen und das Bügeln erleichtern. Damit nicht genug ist die LG-Maschine theoretisch in der Lage, die Wäscheladung zu wiegen und ihre Zusammensetzung zu erkennen, um ihrem Zyklus anzupassen. Das Ganze kann mit einem Smartphone und einem Sprachassistenten gekoppelt werden. Die Waschmaschine Bosch Serie 4 ist ein Modell, das in seiner 63 Liter Trommel eine Ladung von 8 kg Wäsche aufnehmen kann und mit einer maximalen Drehzahl von 1400 Umdrehungen pro Minute schleudert. Er hat keine zusätzlichen Funktionen wie Dampf, aber er hat einige interessante Eigenschaften wie den EcoSilence Drive Motor, der die Geräuschentwicklung auf ein Minimum reduziert. Er ist außerdem mit einer Technologie ausgestattet, die die Zykluszeit durch einfaches Drücken der Speed Perfect Taste verkürzt. Außerdem kann die empfindliche Haut durch aktivierende Option Wasserstand Plus gründlicher gespült werden. Kurzum, wir schätzen seine tadellose Ergonomie sehr. Weder zu groß noch zu klein passt er problemlos in ein Badezimmer, ohne Platz zu beanspruchen. Wir schätzen auch die Geräuschlosigkeit und die hervorragende Spülleistung, insbesondere für die empfindlichsten Häute. Whirlpool bietet eine Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 9 kg Schmutzwäsche und einer maximalen Drehzahl von 1200 Umdrehungen pro Minute, die mit allen Funktionen und neuesten Technologien der Marke ausgestattet ist. Unter anderem die Sixth Sense Technologie. Dank intelligenter Sensoren passt die Maschine ihren Wasser- und Waschmittelverbrauch an die Größe und Art der geladenen Wäsche an, um Zeit, Energie und Wasserverbrauch zu optimieren. Der Induktionsmotor sorgt für einen leisen Betrieb zu jeder Zeit. Außerdem könnt ihr mit der Fresh Care Plus Technologie einen Waschgang starten, ohne euch Gedanken über die Entleerung der Maschine machen zu müssen. Durch die kombinierte Wirkung von Dampf und Aufschütteln am Ende des Programms hält das Fresh Care Plus System eure Wäsche bis zu 6 Stunden nach Abschluss des Programms frisch und geruchsfrei. Die Haier i-Pro Series 7 Waschmaschine scheint einen echten Wendepunkt für die Marke zu markieren. Hier bietet die Series 7 ein sehr komfortables Fassungsvermögen von 12 Kilogramm und ist mit einer Dampffunktion ausgestattet, die vor allem zum Glätten von Kleidung verwendet wird. Ihr Direktantriebsmotor ist leiser und dreht die Trommel mit bis zu 1400 Umdrehungen pro Minute. Um den High-End-Charakter des Geräts zu unterstreichen, ist eine kleine Lampe im Inneren des Geräts angebracht, die ihren Zyklus überwacht. Menschen mit empfindlicher Haut werden auch die Spüloption zu schätzen wissen, mit der sie die Intensität des Prozesses einstellen können. Einige Programme passen sich auch an die Menge der zu waschenden Wäsche an, indem sie die Programmdauer verändern. Aber das ist noch nicht alles. Bei einigen Programmen könnt ihr auch eine bestimmte Art von Flecken auswählen, zum Beispiel Wein, Blut oder Gras, die oft schwieriger zu entfernen sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sie vor allem die Geräuschlosigkeit, die sehr hohe Spülleistung und vor allem die sehr weitgehende Individualisierung der Programme schätzen. Ihr solltet den Eco-Modus jedoch nicht verwenden, wenn ihr mehr als 5 Kilogramm Wäsche wascht. Die sehr seriöse Perfect Care 600 kann in ihrer 68 Liter Trommel 10 Kilogramm Wäsche aufnehmen. Sie verfügt zwar nicht über einen automatischen Waschmittelspender oder einen Touchscreen, hat aber dennoch alle wichtigen und interessanten Funktionen einer modernen Waschmaschine. Ihr Riemen getriebener Motor erreicht eine Geschwindigkeit von 1400 Umdrehungen pro Minute und kann die Zykluszeit automatisch an die Belastung anpassen, um eine Beschädigung der Textilfasern zu vermeiden. Wer empfindliche Haut hat, kann per Knopfdruck auch in den Modus Spülen Plus wechseln. Daher schätzen wir die Möglichkeit, die Zyklen nach unseren Wünschen zu gestalten und die Tatsache, dass die Trommel gut an die 10 Kilogramm angepasst ist. Vor allem aber ist der Perfect Care 600 ein echter Wasser- und Stromsparer. Wir bedauern nur das Fehlen einer echten elektronischen Anzeige. Die Hotpoint Ariston Aqualtis Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 11 Kilogramm und einer Energieklasse von A Double Plus ist für deutlich unter 1000 Euro erhältlich. Sie hat einen Induktionsmotor, der robust und leise sein soll. Seine Schleuderzahl kann bis zu 1600 Umdrehungen pro Minute betragen. Außerdem verfügt es über ein System zum Mischen von Wasser und Reinigungsmittel, bevor es den Tank erreicht. Diese Methode erzeugt eine schaumige Wäsche ab 20 Grad. Im Gegensatz zu allen anderen Modellen in dieser Liste ist Hotpoint Ariston jedoch ziemlich kühn in seinem Design. Die Aqualtis ist in der Tat eine seltene, aber sehr ästhetische Konfiguration. Die Tür beherbergt ein Fenster sowie das Bedienfeld, während letzteres in der Regel ein integraler Bestandteil des Maschinengehäuses ist. Man kann es mögen oder nicht, aber es wird einige Zeit dauern, bis man sich an diese eher ungewöhnliche Handhabung gewöhnt hat. Das Display ist außergewöhnlich groß, sodass es nicht schwierig sein wird, sich in allen Programmen der Waschmaschine zurechtzufinden. Und ein kleiner Bonus, diese Waschmaschine ist zwei in einem und kann auch ihre Wäsche trocknen. Schließlich schätzen wir seine Diskretion in Bezug auf Lärm, aber auch seinen sehr geringen Wasser- und Strombedarf und seine besonders effiziente Spinnerei. Und das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne weiterempfehlen. Bevor ihr geht, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Was mich betrifft, so sehen wir uns hoffentlich bald wieder zur neuen Hightech-Entdeckung. Passt auf euch auf und bis bald, auf Wiedersehen!